Mir ist dann wieder ein anderer Begriff eingefallen, der aus der vernöstlichen Philosophie kommt, was ja quasi der Guru-Begriff ist. Und da gibt es ja auch bestimmte vernöstliche Philosophien, die dann auch argumentieren, naja, den Guru, den kann man gar nicht suchen, also den findet man einfach. Und der Guru ist aber auch nicht jemand, dem man quasi sein Leben nachlebt, sondern der Guru ist jemand, der einem vielleicht auf eine, wie das halt in vielen vernöstlichen Philosophien so der Fall ist, einem vielleicht durch bestimmte Storytelling oder bestimmte Fragen selber zur Erkenntnis sozusagen, zum Enlightenment näher bringen möchte. Wo man wieder ganz eng bei Coaching und Supervision sind natürlich, ne? Absolut, absolut, ja. Und deswegen denke ich mir, das ist eigentlich wieder so interessant, weil auch dort ist die Verbindung ja sehr, sehr eng trotzdem von Guru und die Person, die dann sich diesem Guru sozusagen anschließt oder dem folgt. Und vielleicht ist da dann genau dieser Mentoring-Begriff irgendwo drin versteckt, dass es versucht, so aus allen Bereichen das Richtige mitzunehmen. Weil es kann weder zu passiv sein, weil dann wären wir eben in der Supervision und im Coaching. Und es kann aber nicht zu aktiv sein, weil, ja, das ist dann so ein, weiß nicht, da hätte ich eher ein ungutes Gefühl, weil dann geht ja so ein bisschen die Agency der Person selber verloren. Dann gelten ja vielleicht am Ende mehr die Ziele der Mentorin oder des Mentors, die dann möchte, dass die Person was erreicht und nicht die Person selber, die ja aktiv Hilfe suchen wollte. Und das würde das ganze Bild für mich ein bisschen stimmiger machen, wenn ich da so drüber nachdenke. Also, wenn ich da so drüber nachdenke.